99,99 für dieses gebrauchte Schmuckstück. Das macht mich sowas von wütend! Hey, diese Zahl nehmt ihr sofort dort weg, ja? Hab ich schon erwähnt, dass ich wütend bin! Hab ich schon erwähnt, dass ich wütend bin! Sind Sie jetzt wirklich wütend oder wollen Sie nur knallig darüber kommen? Ja, aber... 99,99 für dieses gebrauchte Schmuckstück! Was machst du in meiner Werbung? Das ist eigentlich so sehr kurz, ne? Was machst du in meiner Werbung? Entschuldigung, Angry Jack, Gary braucht ein neues Schneckenhaus und wir dachten, Sie können uns weiterhelfen. Meine Frau ist schon geflüchtet, also muss jedes, 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 jedes... Die machen wir doch mal, okay? Also muss jedes Haus, 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 schnell hier raus, raus, raus! Ich würde gerne Take 9 nochmal machen. Ups! Einfach noch ein bisschen mehr Power reinlegen. Nochmal wieder auf Start! Also zögern Sie nicht und kommen Sie zu Angry Jack! Und nicht vergessen! Sollte jemand meine Wutpreise erreichen oder sogar unterbieten! Oh! Oh! A trick! Good Jack! Ha ha ha! Now! Oh! nellchs noch ein bisschen mehr Hablo mir populations Jahre alt! Also unter das, das sagst du Geurenge in unsere Daaden, соответствующiger역 rang. Und zwar ohneigähading, wie groочно! Äh! fatto!